Hier, wir sind gekommen, um dich zu retten. So, dann haben wir jetzt nämlich die Truppe. Die Ehre liegt bei mir. Ja, schön, die Ehre liegt bei dir, dann mach doch mal. Was hast du denn für Talente, die du lernen kannst? Hier machen wir doch das mal. Dann kriegst du hier doch das noch. Und ich level mich auch auf. Nämlich mit, ja, Geschwindigkeit ist glaube ich nicht so sinnvoll, da ich das eh nicht nutzen kann. Die ganzen coolen Sachen gehen halt mit Rüstung also nicht, da müsste ich jetzt ohne Rüstung kämpfen. Machtschrei, das kann ich machen. Bier. So, da haben wir unsere komplette Jedi-Truppe hier. Das heißt, erstmal erkunde ich noch den Raum. Die Druiden stört das offenbar gar nicht, dass ich hier abhaue. So, das krieg ich auch mal nicht hin. Aber da hab ich Komponenten rausgekriegt. Das krieg ich hier auch nicht hin. So, ich klau dir einfach mal Komponenten. Das wird schon keinen Schaden verursachen, wir da ein paar Teile fehlen. Das, äh, das kommt schon mal vor. So, hier. Die Truppe ist vollständig. Machen wir hier Druiden. Zerstören. Visas, du machst da mal Blitze. Taus drauf und Dienerin, äh. Ey, das ist ja gar nicht Visas. Das ist Visas. Ich bin hier. Die Ehre liegt bei mir. Oh, das war's schon. So. 1, 1, 1. Das sind voll die, die Binärsprecher hier mal wieder. So. Nächste Tür. Was haben wir denn hier? Oh. Äh, hier Visas. Indem wir erstmal in den Raum reinkommen. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Das wird euch eine Lehre sein. So. Eine Schwäche wird offenbar. Ja, die Schwäche ist offenbar, dass die nicht so gut sind. So. Dann speichern wir nochmal. Das wird's begehen. Da ist ja noch einer. Jetzt werdet ihr den Schmerz kennen. Seid bereit. Eine Schwäche wird offenbar. Ha! Sie sind weiter gekommen, als ich belechnet hatte. Sie sind sehr einfallsreich. Ja, sie sind sehr einfallsreich. Aber noch weiter werden sie nicht kommen. Setzt die Wachdroiden ein. Aktiviert die Kraftfelder. Wir sperren sie im Schiff ein. Aktiviert die Minen. Mal sehen, wie weit sie jetzt kommen. Oh, ganz schön weit. Wir können nämlich mit Minen umgehen. Dann entschärfen wir doch hier mal in aller Ruhe. Das stört ja keinen. Dann halt nicht. Das wird euch eine Lehre sein. So. Das soll jetzt die große Verteidigung sein. Da hatte ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft. Das ist hier nun wirklich lächerlich einfach. Und was es mit den Kraftfeldern jetzt sein sollte, weiß ich auch nicht so ganz. Die sind irgendwo da hinten im Zellenblock. Gut, hier ist ein Kraftfeld noch. Und eine ganze Menge. Ja, übertakten machen wir mal. Und abschalten. So. Ja? Ja, du kannst doch. Da machen wir hier noch mal die Machtstürme. Warum geht ihr denn außen rum? Das war total unepisch. Wie war das? Unsere Überlebenschance sind gleich null. Und dann ist das die Verteidigung, die er dafür auszubieten hat. Das kann ich wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Na, war ja klar. Dann will ich doch mal alle Minen hier entfernen. Ja. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, dass ich das einfach kann, ne? So. Da-da-da-da-da-da-da. Hallo? Geht doch. Macht doch mal hier. Geht doch. So, dann den noch und den letzten auch noch. Dann haben wir sie alle entfernt. Und dann können wir hier, war hier nicht noch ein Troider, oder hab ich... Ne, das hab ich mir auch nur eingewillt, offenbar. So. Da, Minen weg. Das ist... Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich eh nur der gleiche Eingang, nur nochmal. Muss man die nicht auch noch entfernen? Einer reicht. Dann hätten wir ja fast schon alles aufgedeckt. Da unten sind zwar noch ein paar Räume, die wir noch nicht gesehen haben, aber... Das ist jetzt auch egal. So, jetzt kommen wir. Die Brücke haben wir erobert. Hallo? So, das schalten wir ab. Das unterstützt jetzt noch ein paar andere Sachen. Das sekundäre Energiesystem. Da haben wir nicht mehr, als wir vorher auch hatten. Ja, wir haben die Brücke erobert. Ich weiß nicht, was uns das genau bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Dieser Code ermöglicht über einen M4... den Zugang auf das Minenfeld. Ach so, ja, das klingt gut. So. Haben wir sonst noch was? Nee. Alle Organe werden als Verbündete eingestuft. Perfekt. Dann greifen mich Droiden gar nicht mehr an. Dahinter sind wahrscheinlich noch... äh... Minen. Ja, da... Da muss ich jetzt nicht durch. Wenn ich die eh nicht mitnehmen kann, die Minen, dann ist mir das relativ egal. So. Da haben wir einfach die gesamte Droidenverteidigung abgeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch... äh... vom Schiff runter. Erstmal alles aber auf der Karte ausleuchten. Ja, da brauchen wir auch nicht lang gehen. Das ist ja auch nur der gleiche Weg wie hier auch schon. Oh ja, irgendetwas, äh... Minenfeldmäßiges haben wir hier bekommen nochmal. So. Minenfeld... Haben wir jetzt alle Minen ausgeschaltet? Huch. Da hab ich ein Stück von der Map einfach aufgedeckt da unten offenbar. Dann wollen wir doch mal... speichern. Und wollen dann nach da drüben. Ah ja, der ist ja auf unserer Seite jetzt. Der ist auch. Ah ja, gut. Aber wir haben Komponenten erhalten. Da kommt man jetzt nur hier raus. Können wir von dir auch so Komponenten klauen? Perfekt. Und da gibt's bei mir auch Essen jetzt. Deswegen sag ich jetzt einfach, äh... speichere ich noch. Gehe vielleicht nochmal hier durch die Tür. Äh... Das war ja klar. Und dann würde ich sagen, äh... beende ich mal an der Stelle... Also ich speichere jetzt nochmal. Und dann sage ich, beende ich an der Stelle auch mal die Aufnahme. Wir sehen uns dann, glaube ich, bei der nächsten Aufnahme. Demnächst, wann auch immer die sein wird. Wieder. Bis dann. Ciao. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ja, ich nehme jetzt heute nochmal auf. Auch wenn ich jetzt letztens das aufgenommen habe. Weil ich wollte hier doch noch vielleicht den Planeten fertig kriegen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich ihn fertig kriege. Ich weiß nicht, wie viel hier noch zu machen ist. Also ich werde, denke ich, nicht so lange machen wie letztes Mal. Aber, dass ich noch ein bisschen was zocke. Weil ich hatte auch die letzte Aufnahme. Die war ja irgendwie dann mitten in der Folge. Hat die ja geendet wieder. Äh... Sicherheitsbrauen natürlich speichern. Man weiß ja nie, was hier hinter der Tür auf einen wartet. Sieht wie die Folterkammer aus. Das ist ganz toll. Hier wollte ich hin. Ach ja, hier überall. Haben wir noch irgendwelche gesperrten Systeme? Nein, haben wir nicht. Da haben wir aber... Erstmal gehen wir hier rein. Weil da ist nur ein Raum. Hier ist das Lager. Das nehmen wir doch alles mal mit. Das nehmen wir auch alles mal mit. Und... Das klauen wir auch. So ein paar Komponenten kann man immer gebrauchen. So. Man weiß nie, was hinter den Türen auf einen lauert. Da lauert eine Hochsicherheitstür. Haben wir hier denn sonst noch was? Da haben wir noch einen Gang prinzipiell. Da könnten wir vielleicht erstmal reingehen. Weil ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Nutz und Zellenblock sein. Würde ich jetzt vermuten. Wenn das Schiff denn hier symmetrisch ist. Das sieht doch sehr aus nach einem Zellenblock. Hier ist gar nichts. Dann, was haben wir hier drüben? Hier haben wir auch ganz genau gar nichts. Und was haben wir da? Da haben wir einen Droiden. Dieser Droide scheint beschädigt zu sein. Wer sperrt nicht auch immer die Droiden ein? Du kannst das Zurücksetzen-Programm laden. Ach Mensch. Das wollte ich doch schon immer mal haben. Dass wir hier quasi Windows-Neustart das Programm jetzt haben. Das sich automatisch aktiviert. Dann irgendwie, wenn der Typ gerade irgendwie seine Waffensysteme auf uns richtet. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich alles außer Energieverteilung. Das haben wir irgendwie nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber was willst du machen? So. Was haben wir hier? Da haben wir noch eine Sicherheitskonsole. Aber die bleibt uns wahrscheinlich... Oh. Hier kann ich was umgehen. Da kriegen wir genau gar nichts hin. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Undock-Wuke. Ja, da gehen wir gleich rein. Erst muss ich das ganze Schiff erkunden. Hallo? Schlägst du dann auch nochmal? Schlimm hier, der Typ. Der will nicht schlagen. Irgendein Sys-Ding haben wir bekommen. Ich weiß nicht, was genau. Man weiß ja nie, was da hinter der Tür lauert. Ein Roboter. Irgendeine Robe haben wir bekommen. Irgendwie so ein Zeug haben wir bekommen. Und da haben wir noch irgendeine Klinge. Haben wir denn jetzt alles? Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles. Da ist die eben Hawk. Und dann wollen wir doch nochmal gucken, wo man hier hinkommt. Das weiß ich ja überhaupt nicht. Machen wir doch mal hier eine Bombe. Alle weg! Äh. Kann nur über die Konsole auf der Brücke geöffnet werden. Oh. Dann will ich halt auf die Brücke gehen. Ich will da durch. Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt irgendwas hinter ist. Vielleicht ist das auch einfach wirklich nur so als Design-Element. Hallo Roboter. Mal sehen. Irgendwie dieses Schiff ist auch extrem leer, muss man doch sagen. Also. Hier sind nur Droiden und sonst niemand. Das ist natürlich ein bisschen, äh, wenig. Hier kann ich prinzipiell auch mal die Minen entfernen. Damit man hier auch durchkommt. Das ist zwar eigentlich nicht nötig, aber... Was willst du machen? So. Du kommst weg. Und damit es ordentlich ist, machen wir dich auch noch weg. Äh. Äh. Hallo, dich hat ich doch auch weggemacht. Geht doch. Primäres in Brücken-Kommando-Konsole. Das sieht doch nach dem aus, was wir suchen. Äh. Programm-Upload. Riskante Operationen, äh. Okay, das wollen wir vielleicht nicht. Ja, ich glaube, hier kommen wir aber nicht weiter. Me지는. añad' Hab' Raad. toll. あれ. intervention.